Heute ist der 4. Dezember, heute ist Barbaratag und wir öffnen wieder ein Türchen an unserem Adventskalender. Am 4. Dezember gedenken die römisch-katholische und die griechisch-orthodoxe Kirche einer Märtyrerin der heiligen Barbara. Sie soll der Legende nach im dritten Jahrhundert in Nikomedien gelebt haben. Diese Stadt heißt heute Izmit und liegt in der Türkei. Der Legende nach wurde Barbara von ihrem heidnischen Vater, dem reichen Dioskuros von Nikomedia, in einen Turm eingeschlossen, weil er auf seine bildschöne und verführerisch junge Tochter eifersüchtig war und sie am Heiraten hindern wollte. Während der Vater auf Reisen war, ließ Barbara sich taufen vom Heiligen Geist erleuchtet, sei sie in ein heidnisches Opferbecken gestiegen und habe die Taufe durch Johannes den Täufer, der ihr erschien, erhalten. Noch anders wird erzählt, dass Barbara dem Vater um den Bau eines Bades gebeten habe, nachdem sie nicht die vom Vater angeordneten zwei Fenster, sondern drei als Zeichen der Dreieinigkeit habe anbringen lassen, ein Kreuz mit der Hand in den noch feuchten Putz gedrückt und ein kostbares Kreuz auf den Sockel eines gestürzten Götterbildes gestellt habe, empfing sie im Bad ihres luxuriös eingerichteten Turmes die Taufe. Als ihr Vater von der Reise zurückkehrte, stellte er sie empört über den veränderten Bau zur Rede. Sie offenbarte sich ihm nun als Christin. Der Vater wollte sie deswegen erschlagen lassen, aber auf wunderbare Weise fand sie einen Weg aus dem Turm, floh und fand Unterschlupf bei einem Hirten. Der verriet den nach Barbaras suchenden Heschern ihren Aufenthaltsort in einer Höhle und wurde dafür zur Strafe von Gott in einen Mistkäfer verwandelt. Nach anderer Überlieferung wurde er zu Stein und seine Schafe zu Heuschrecken. Barbara wurde von ihrem Vater dem römischen Stadthalter Marzianus ausgeliefert, doch auch ihm gelang es nicht, sie zur Aufgabe ihres Glaubens zu bewegen, obwohl er sie foltern ließ. Barbara sprach von den Geiselungen, als ob es Pfauenfedern gewesen seien. Nachts erschien ihr dann Christus im Gefängnis, um ihre Wunden zu heilen. Der erbitterte Stadthalter ließ Barbara mit Keulen schlagen, sie mit Fackeln brennen, das alles konnte ihr wenig anhaben und sie nicht vom Glauben abbringen. Schließlich wurde Barbara vor Gericht gestellt und verurteilt, sich nackt auf dem Markt den Blicken der Leute preiszugeben. Auf ihr Gebet hin wurde sie aber mit Wolken und Nebel bedeckt. Daraufhin sollte sie enthauptet werden. Der rachsüchtige Vater selbst hat das Urteil vollstreckt. Gleich darauf traf ihn ein Blitzschlag und er verbrannte. Als heiligen Figur wird sie häufig mit einem Turm im Arm dargestellt, weil sie eben in einem Turm gefangen gehalten wurde. Auf ihrem Weg in die Gefangenschaft soll sich ihr Kleid in einem Kirschbaumzweig verfangen haben. Sie hat den Zweig mitgenommen und dann in ihren Trinkbecher gestellt. An dem Tag, an dem sie zum Tode verurteilt wurde, blühte der Zweig auf. Du schienst wie tot, sagte Barbara zu dem Zweig, aber du bist aufgeblüht zu einem schöneren Leben. So wird auch mein Tod der Anfang eines neuen ewigen Lebens sein. Heute ist die heilige Barbara Schutzpatronin der Bergleute, der Geologen, der Architekten, der Dachdecker und der Gefangenen. Schneiden Sie sich also heute einen Forsythien oder Kirschzweig ab und erleben Sie, wie sich die Blüten am Christtag entfalten. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Bleiben Sie hoffnungsvoll wie Barbara.